Jo Leute, was geht? Nach einem Jahr, nach ziemlich fast genau einem Jahr, mal wieder ein Video. Und ja, heute ist der 1.1. und ihr hattet vielleicht, ich bin einfach krank. Bin einfach krank. Bin einfach aufgewacht heute. Und dann direkt so, oh was, Nase zu, wie ist das? Ja, naja, bin hier gerade so ein bisschen am Montestream gucken. Ja, auch ganz entspannt. Und ja, ich wollte einfach mal ein paar Neujahrsgrüße raushauen. Und ja, und frohes Neues und was auch immer, alles noch dazu. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Demnächst kommt auch noch ein Video direkt. Und ja, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.